Also, wütende Proteste draußen, emotionale Diskussionen drin, das ist heute zumindest zu erwarten. Der Riss bei den Meinungen geht nicht nur durch die Gesellschaft, sondern auch durch die Parteien und Fraktionen. Sprechen wir mit dem stellvertretenden FDP-Fraktionsvorsitzenden Konstantin Kuhle. Guten Morgen, Herr Kuhle. Moin, hallo. Ja, warum ist dieser Riss so groß? Durch die Gesellschaft, aber auch bei Ihnen, bei den Abgeordneten? Weil wir jetzt zwei Jahre Corona hinter uns haben und die Leute müde sind, frustriert und enttäuscht, dass Entscheidungen getroffen worden sind, die bisher nicht dazu geführt haben, dass wir dieses Virus in den Griff kriegen. Und deswegen ist diese Situation, wie sie ist. Und hoffentlich kann die heutige Debatte einen Beitrag dazu leisten, die Situation im Land zu befrieden. Das ist jedenfalls mein Anspruch. Es wird ja noch nicht entschieden heute. Das ist eine erste Orientierungsdebatte. Ich habe es vorhin schon gesagt, wenn man die Richtung verloren hat, dann braucht man neue Orientierung. Wie konnte man derart die Richtung verlieren? Also wir haben ja einen Bundestag mit über 700 Leuten und wir leisten uns das größte Parlament Europas. Und dann ist es schön, wenn diese Leute auch mal was zu besprechen und was zu entscheiden haben. Ich wundere mich auch darüber, dass die Union sagt, das solle alles von der Bundesregierung entschieden werden. Das war doch einer der wesentlichen Punkte bei der Bundestagswahl, dass der Bundestag wieder über die Corona-Maßnahmen diskutiert und entscheidet. Jetzt hat man als CDU, CSU nach 16 Jahren das erste Mal wirklich was zu entscheiden im Bundestag und will das nicht. Da bin ich froh, dass SPD, FDP und Grüne sagen, wir diskutieren darüber, wir nehmen alle Meinungen mit. Und wir sind als Volksvertreter diejenigen, die alles dann am Ende zusammenführen und dann drei Anträge auf den Tisch legen. Und dann kann man entscheiden. Sie sind ja selber für eine Impfpflicht ab 50 Jahren. Was ist Ihr Argument dafür? Und warum sollte zum Beispiel ein 49-Jähriger da rausfallen dann? Also wir sind erstmal dafür, der Kollege Ullmann, der Kollege Janecek, aber auch viele weitere Kollegen von Grünen und FDP. Vielleicht kriegen wir auch noch welche von der SPD im Laufe des Tages, dass es eine Beratungspflicht gibt. Wir können nicht den Leuten erzählen, wir haben die schlimmste Krise seit dem Zweiten Weltkrieg, O-Ton, seit zwei Jahren. Und dann geben wir den Leuten nicht mal einen verpflichtenden Beratungstermin für eine Corona-Impfung. Das muss erstmal der erste Schritt sein. Wir brauchen jetzt erstmal ein paar Monate, wo jeder einen Brief bekommt, in dem ein Termin angegeben wird, wo er sich impfen kann. Wenn man schon geimpft ist, braucht man da nicht hingehen, aber eine Beratungspflicht ist der erste Schritt. Kriegt danach, als wenn es ewig dauern würde. Ja, aber wir wissen doch ganz vieles nicht. Wir wissen nicht, welche Variante nach Omikron kommt. Wir haben aktuell nicht mit hinreichender Wahrscheinlichkeit Kenntnisse darüber, wie sich diese Welle entwickelt. Wir sehen in anderen Ländern, dass teilweise aufgemacht wird mit einer Impfquote von 80 Prozent, mit einer Impfquote von 89 Prozent. Deutschland ist bei 73. Wir müssen also ungefähr um 10 Prozent steigern und dafür eine allgemeine Impfpflicht für alle sofort. Da ist mir das politische Kapital viel zu groß. Da kann man jetzt nicht einfach eine allgemeine Impfpflicht einführen, sondern jedem erstmal einen Termin geben. Dann gucken wir in drei Monaten, ob wir es hingekriegt haben, auf so eine Impfquote zu kommen. Und wenn wir das nicht geschafft haben, dann schützen wir diejenigen, die besonders gefährdet sind. Und das sind typischerweise ältere Menschen. Da gibt es immer Unschärfen. Natürlich ist auch bei der allgemeinen Impfpflicht jemand, der 17 ist und herzkrank, eher gefährdet, als jemand, der kerngesund und 18 ist. Also einzelne Härten haben Sie immer bei jeder Entscheidung des Gesetzgebers. Aber irgendeine Entscheidung muss man treffen. Und da ist 50 ein gutes Alter, weil diejenigen auf den Intensivstationen eben typischerweise älter sind. Lassen Sie uns mal kurz darüber sprechen, sollte die Impfpflicht kommen, wie will man das dann überhaupt kontrollieren? Ich finde es wichtig, dass die Impfpflicht kein Selbstzweck ist. Wir sind leider in einer Diskussion oder in einer Situation gelandet, wo Menschen sagen, ich lasse mich aus Überzeugung nicht impfen. Und das finde ich schon grundsätzlich problematisch. Ich lasse mich ja auch nicht aus Überzeugung mein gebrochenes Bein nicht operieren, sondern das ist eine medizinische Frage. Auch früher, wenn man in den Urlaub gefahren ist und eine Impfung vorzeigen musste, da hat man sich das Zeug einfach in den Arm jagen lassen und hat gar nicht groß darüber nachgedacht. Das ist also keine politische Frage, sondern eine gesundheitliche. Und deswegen ist die Impfpflicht, die allgemeine Impfpflicht, darf kein Selbstzweck oder kein unproblematisches Allheilmittel sein, sondern das ist eine ganz schwierige Frage, über die wir sprechen müssen. Aber wie sollen dann so Kontrollen aussehen? Also ich meine, werden wir dann auf der Straße angehalten? Nein, ich glaube, wir müssen das so machen, dass die Kommunen, also diejenigen, die die Daten der Bürgerinnen und Bürger haben, jede Kommune hat ja ihr Einwohnermeldeamt, wo die Daten gespeichert sind, eine Meldung herausschickt an alle Menschen und sagt, an dem Tag musst du dich bitte einfinden, um dich impfen zu lassen. Wenn man dann schon geimpft oder geboostert ist, dann braucht man da nicht hingehen. Wenn man das nicht ist, dann muss man erstmal diesen Beratungstermin wahrnehmen. Und wenn man den nicht wahrnimmt, dann wird das Ganze sanktioniert, beispielsweise durch ein Bußgeld. Was ich mir nicht vorstellen kann, ist eine Zwangsimpfung. Ja, das ist absolut unvereinbar mit unseren freiheitlichen Werten in Deutschland. Niemand darf gegen seinen Willen geimpft werden. Und was ich mir nicht vorstellen kann, ist eine Ersatzhaft. Das kommt nicht in Betracht. Wir haben vorhin die Bilder gesehen von der versuchten Stürmung des Reichstags im Sommer 2020. Auch heute sind große Demonstrationen angesagt. Fürchten Sie, dass es angesichts der Spaltung der Gesellschaft in dieser Frage zu weiteren gewalttätigen Demonstrationen kommen könnte? Also erstmal muss man ja sagen, die Versammlungsfreiheit ist eines der wichtigsten Grundrechte in unserer Verfassung. Und ich wünsche mal eine Situation, wo die Versammlungsfreiheit wieder in unserem ganzen Land vollumfänglich nutzbar ist für Menschen. Und es ist übrigens auch ein Zeichen einer lebhaften Demokratie, wenn unterschiedliche Meinungen auf die Straße getragen werden. Es ist gut, wenn Menschen sagen, ich will keine Impfpflicht, ich gehe dafür auf die Straße. Es ist gut, wenn Menschen sagen, ich will eine, ich gehe dafür auf die Straße. Nur eines darf nicht passieren und das ist Gewalt. Denn gewalttätige Demonstrationen sind gar nicht von der Versammlungsfreiheit geschützt. Und wenn wir heute Gewalt sehen, wenn wir sehen, dass Polizisten bespuckt, bepöbelt werden, wenn wir sehen, dass Journalisten ihre Arbeit nicht machen können, dass vielleicht sogar auch Verletzungen entstehen, dann muss der Staat auch mit ganzer Härte dort agieren. Aber warum glauben Sie... Ich befürchte, dass heute einige genau diese Bilder provozieren wollen. Warum glauben Sie denn, werden die Menschen immer aggressiver, weil sie vielleicht nicht gehört werden und keinen anderen Ausweg mehr wissen? Ja, ich glaube, dass wir nach zwei Jahren der Pandemie eine Situation haben, in der Frustration in ganz vielen Teilen der Gesellschaft eine Rolle spielt. Ich glaube aber auch, dass man die Debatte in Deutschland sich nicht bestimmen lassen darf von gewalttätigen Chaoten. Sondern wir müssen als Parlament, als Volksvertreter über diese Situation sprechen. Wir machen das heute, dafür sind wir gewählt. Und wir können übrigens in einer Demokratie uns auch selber korrigieren. Dafür ist ja unser System stärker als autoritäre Regime. In China kann sich keiner hinstellen und sagen, sorry, ich habe mich geirrt über die Zahlen. Ja, dann gibt es Theater. In Deutschland können wir sagen, wir haben Fehler gemacht. Es gibt Dinge, die wir nicht wissen. Es gibt Unklarheiten. Und diese Unsicherheiten auszusprechen, auch dafür ist die heutige Debatte die richtige Gelegenheit.